Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Sparks Kanalgeschichte, wir sind stehen geblieben am Ende von SkyAttack, obwohl ganz zu Ende ist es noch nicht gewesen natürlich, aber hier hatten wir zum Beispiel schon wieder ein paar andere Videos dazwischen und das deutet immer so ein bisschen darauf hin, dass Spark sich umorientiert und eben nicht nur auf ein Projekt setzen will. Weil also am Anfang von den Projekten ist ja immer ganz klar, dass das absolut im Vordergrund steht, das hat man echt oft beobachten können, hier gab es dann natürlich mal ein Tutorial, was dann auch wiederum zu SkyBlock gepasst hat, aber sonst gab es echt nur SkyAttack, wenn man sich das hier mal anguckt und natürlich die Snapshot Reviews, die lässt er dann nicht ausfallen, aber alles andere steht hinten an und da gibt es eigentlich gar nichts eine ganze Zeit lang. Ich gucke hier gerade mal durch, wann das nächste Video gekommen ist, abseits von hier Snapshots wieder, aber das müsste dann erst das gewesen sein und da haben sie dann eh hier diese Together Aufnahme gemacht in dem Freizeitpark und dadurch ist er ja mehr oder weniger gezwungen gewesen, auch entsprechend das hochzuladen. Naja, was heißt gezwungen, aber naja, immer bei so Events, auch wenn hier das zwei Jahre alt wurde, hat er eben dann gedacht, okay, da lade ich jetzt doch mal was anderes hoch, abseits von SkyAttack. Aber ja, ich glaube so langsam hat die Fassade gebröckelt, dass SkyAttack ja noch das aktive Hauptprojekt ist, sondern das ist dann eher übergegangen in den inaktiveren Modus leider, denn ich finde es immer blöd, wenn die Projekte so schnell schon vorbeigehen. Es wäre irgendwie schöner, wenn das verteilt wäre auf eine längere Zeit hinten raus, gerne auch, dass am Anfang nicht so viel gesuchtet wird, das ist eh immer ein Problem, finde ich, denn das nimmt auch den ganzen Schwung aus den Projekten. Denn eigentlich hat es früher immer die Projekte ausgemacht, dass die eben sehr lange gelaufen sind und dadurch so ein richtiger Spannungsbogen auch entstanden ist, mehr oder weniger. Das gibt es ja heute gar nicht mehr bei diesen kurzen Geschichten immer nur und das fehlt halt komplett. Aber naja, ich will nicht jedes Mal gleich darauf eingehen, deswegen wiederhole ich das jetzt nicht, sondern ich würde sagen, wir gucken mal, was es hier so gab. Also SkyAttack-Gefängnis, ein Strafzettel nach dem anderen, stimmt, das kenne ich auch noch, da haben sie ein bisschen Roleplay versucht und so mit Kroko hauptsächlich, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ich wusste gar nicht, dass die hier erst den Ender-Drachen gemacht haben, in Folge 40, denn das ist eigentlich, so von der Folgenzahl her zumindest, relativ spät. Sonst machen die das doch immer schon, keine Ahnung, nach 10 Folgen oder 15 oder 20, zumindest bei Craft-Attack, aber auch in anderen Projekten. Und deswegen wundert mich das hier, wenn ich das mal vergleiche mit Create-Live, da haben sie das auch früher gemacht. Oder machen die da überhaupt End-Events in dem Sinne? Ich weiß es nicht. Hier war es eben wahrscheinlich im Vordergrund, weil das auch mit den ganzen Datapacks und so Vorteile gebracht hat. Und ich weiß zwar nicht mehr welche, aber irgendwas war da. Und auch die Erfolge und so, die damit zusammenhingen, also müsste ich jetzt mir nochmal angucken. Nur da kann ich mich noch erinnern und ja, hier Gerichtsvorladung, Klüm und Sinus kann ich auch noch ungefähr sogar sagen. Das habe ich aber dann alles erst 2022 gesehen, muss ich auch zugestehen. Also ungefähr ein Dreivierteljahr wieder, nachdem das rausgekommen war. Das ist also nichts, was ich mir direkt angeschaut hatte, sondern hier bin ich schon wieder ziemlich versetzt unterwegs gewesen. Im Gegensatz zu Craft Attack 11, was hier aktuell läuft, da habe ich ja einiges schon im Voraus gesehen. Also relativ schnell, so zwei Monate danach, als es kam. Aber jetzt hier damals und auch bei vielen anderen Projekten hänge ich noch länger eigentlich oft zurück. Und naja, mal gucken, das werden wir sicherlich gleich noch feststellen, immer mehr. Denn da kommen wir natürlich auch schnellen Bereiche, an die ich mich einfach sehr gut erinnern kann, weil es noch nicht so lange für mich her ist. Ja, wir kommen jetzt eh langsam in aktuellere Gefilde. Jetzt steht hier nur noch vor zwei Jahren, auch wenn es eigentlich 2,7 Jahre oder so sind. Denn das hier kam ja alles im Sommer 2021 und deswegen werden wir auch noch ein bisschen brauchen hier insgesamt. Aber es geht voran, man merkt schon. Und ich glaube, wir werden später auch schneller vorankommen, weil dann weniger Videos gekommen sind. Fällt mir schon auf, in den letzten zwei Jahren, dass das ganz schön zurückgegangen ist. Zumindest insgesamt. Natürlich gibt es immer noch Hype-Phasen, wo viel erscheint, aber naja, wir werden sehen. Jedenfalls, ähm, dritter Snapshot und so. Äh, hatte ich glaube jetzt auch schon öfter erwähnt, oder? Naja, jedenfalls hier vierter. Ich weiß auch gar nicht, warum die da so hießen. Hatten die keine normalen Bezeichnungen? Das fällt mir gerade nur wieder auf. Ich wusste das damals, warum das so war. Ich glaube, das lag an dem neuen Map-Generator. Das waren also abgekoppelte Snapshots, die erstmal nichts mit den eigentlichen zu tun hatten, sondern die nur dafür da waren, diese Welt-Generatoren zu testen. Und da haben die ja so viel umgestellt, immer hin und her. Und deswegen hatten die das nicht als richtige Snapshots veröffentlicht. Aber es gab doch vorher schon mal richtige. Waren die dann pausiert? Ist das irgendwie so gewesen? Und dann kamen die dafür? Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber, ne, ich glaube nicht. So war das nicht. Denn das Problem war ja, die 1.17 kam raus im, ich glaube, Juni 2021. Und dann haben die ja gesagt, naja, die 1.18 wollten wir zwar eigentlich mit der 1.17 zusammen alles machen, von den Features her, aber das haben wir nicht geschafft. Deswegen muss die 1.18 dann extra kommen. Also die eigentlichen 1.17 Features, das Teil 2 von Caves & Cliffs. Und deswegen haben die dann auf diese Methode der Snapshots zurückgegriffen, damit wenigstens überhaupt irgendwas kommt und man merkt, dass sie direkt daran weiterarbeiten und eben wirklich noch in dem gleichen Jahr die 1.18 erscheinen soll. Was ja dann auch noch geklappt hat, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, doch, müsste so sein. Können wir dann auch nochmal gleich analysieren. Ich weiß noch nicht, ob wir das heute erreichen, aber ja, das nochmal so. Jedenfalls, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, das hatten wir doch noch nicht. Genau, jetzt hier 49 schon. Okay, es kamen aber noch ziemlich viele Folgen, ohne großartig was dazwischen von anderen Projekten. Natürlich ging es dann hier und da auch weiter mit anderen Sachen, also zum Beispiel Raft. Auf einmal, das ist eigentlich auch ein Projekt, das kann ich mir vorstellen, noch anzugucken. Wenn man mal ehrlich ist, weil ich Raft eigentlich ganz gerne immer gesehen habe und ich auch merke, dass die Folgen nicht so lang sind. Das ist immer ganz nett. Natürlich hier immer 23 Minuten, aber die anderen so ungefähr 15. Ah ne, hier wird es schon immer länger. Oh nein, 34. Muss das denn sein, ey? Was soll das? Warum müssen die immer so übertrieben sein? Reicht das nicht? Guck mal am Anfang hier. Ne? Irgendwie 16 Minuten, 10 Minuten, alles cool. Und dann hier 45 Minuten? Wo sind wir denn hier? Alter, ich meine, klar, Finale, ne? Da wollte es dann irgendwie durchziehen, aber kann man da nicht irgendwie das auf 15 Folgen strecken? Weißt du? Oder wenigstens 12 oder irgendwas? Und nicht hier mit 7 Folgen? Das ist auch eine blöde Zahl, um aufzuhören, finde ich erstmal. Und dann unter diesen Umständen, dass das so eine Überlänge hat. Also wirklich. Das muss doch nicht sein. Ohne Witz. Ich finde das immer so blöd. Ja. Also hier war es doch so geil. Guck mal, es hat richtig gut gestartet mit diesen kurzen Folgen. Und dann wird das so unangenehm. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich nämlich später nicht mehr drüber nachgedacht habe, das mir anzugucken, sondern das verworfen habe. Aber ja, eigentlich würde mich das mal interessieren. Denn ich habe auch früher schon Raft immer mal gesehen bei anderen Leuten. Und werde mir das auch noch angucken. Bei zum Beispiel Kedos oder so habe ich es noch auf später Ansehen in meiner Playlist. Und ich bin mal gespannt. Aber hier bei Spark, ich weiß nicht. Also ja, muss ich mal sehen. Vielleicht die ersten vier Folgen oder drei. Die ersten drei kann man sich ja auf jeden Fall angucken. Die sind ja schon alleine so lang wie die letzte Folge. Ne, noch nicht immer. Oder, naja, vielleicht mache ich das ja eh so, dass ich öfter mal Projekte nur den Anfang gucke. Oder vielleicht auch mal mehr als diese zehn Folgen, die ich immer bei den KEF-Projekten, also die Together-Sachen gesehen hatte. Dass ich einfach mal sage, okay, wenn jetzt ein Projekt jetzt 60 Folgen geht, mache ich eben die ersten 15 oder 20 vielleicht auch, ne. Je nachdem, wie interessant es ist. Darauf kommt es halt jedes Mal an. Und naja, das nochmal so nebenbei. Was Raft angeht. Ansonsten Skytag, weiß ich gar nicht mehr, wie lange ging das dann noch. Ein Schleim. Gab es dann noch eine Form? Dann hier Gefängnis. Ah ja, da ging das Roleplay weiter. Glück, Spionage. Ja, da war der immer auch als Ordnungsamt unterwegs, soweit ich weiß. Das hat sich ja eh durchgesetzt in allen möglichen Projekten. Und ah ja, Casino. Kenne ich auch noch. Dann hier Berge bekommen Spitzen, sind höher und mehr. Fünfter 1, 18 Snapshot, okay. Kroko schafft Casino-Jackpot. Ja, da weiß ich auch noch, wie das funktioniert hat. Das ist auch noch gar nicht so lange her, glaube ich. Ich glaube, die Folgen habe ich nämlich auch nochmal mit einer ganz schönen Pause gesehen. Zu den vorherigen Skytag-Videos. Also da gab es auch nochmal Unterschiede. Ich glaube, die habe ich dann erst Ende letzten Jahres gesehen. Kann das sein? Kurz bevor ich nämlich angefangen habe, Stone Attack zu gucken. Also Ende 2022 jetzt, meine ich. Also vorletztes Jahr ist das ja schon von heutiger Sicht aus. Aber ja, so in der Art muss es gewesen sein. Da war ich nämlich nochmal im Skytag-Modus. Und dann, was der Onetag angeht, ja, habe ich dann halt auch schon einigermaßen viel gesehen. Obwohl ich immer noch Videos übrig habe auch davon. Das heißt, es ist noch nicht vollbracht, dass ich da irgendwie alles bis zum Schluss kenne. Aber naja, egal. Erstmal hier. Das kenne ich auch schon. Mod Expanded Storage, genau. Aber diese ganzen Special-Videos, da habe ich auch irgendwann relativ, ja, nicht aufgehört, das zu gucken. Aber einfach wenig mir weiter das verfolgt, kann man sagen. Also hier schon noch so ein Zeug, ne, auch Rarity und so, dass das broken war mit diesem Loot-Mod. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht mehr, was der Inhalt davon im Genauen war. Da haben die irgendwie hier so diese Streien gehabt. Ist das das einzige Feature? Ja, ich glaube nicht. Aber naja, müsste ich mir nochmal angucken tatsächlich. Jedenfalls hier gab es dann auch mal so einen, ja, wie nennt man das? So einen Test mit dem Snapshot. Ah ne, das ist einfach wieder nur ein Review. Dann Casino. Okay, da ging es irgendwie nur noch darum. Mein Haus ist voller Dreck. Okay. Dann hier Emerald Tycoon. Ja, das ist wieder was, was ich nicht geguckt habe. Weil das wahrscheinlich sowas gewesen ist, wie... Ah ne, ist das hier eine Adventure-Map? Stimmt. Also nicht Twitch-Rivals oder so. Von der Länge her hätte man drauf kommen können. Sondern tatsächlich mal sowas. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht gucke ich das noch oder... Ne, ne, wollte ich nicht. Weil das ging mir zu lange. Ich wollte nicht mehr diese extrem langen Videos mir angucken. Denn ich weiß halt auch nicht, warum spielt da eine Stunde so eine Map? Früher hat da sowas mal angezockt. Und in 10-Minuten-Videos, das wäre viel geiler. Ne? Und muss man das immer so übertreiben. Ja? Also diese langen Videos. Ähm... An manchen Stellen kann man es ja noch eher verstehen. Zum Beispiel bei Podcasts. Ne? Ganz klar. Da verstehe ich es natürlich. Wenn lange Videos kommen, da passt das auch. Ich hätte viel, viel lieber ständig Podcasts als solche Videos hier. Denn die sind einfach nur anstrengend anzugucken. Ne? Äh... Weiß ich nicht, ne? Kann man nicht das so kurz fassen. Früher war das nämlich auch eher eigentlich eine Sache, dass die Videos nicht so übertrieben immer gewesen sind. Ich meine mittlerweile, es hat sich schon verbessert. Es gab Phasen irgendwie, äh... Sagen wir mal 2018, 2019 rum. Oder... Ja, 17. Ich weiß nicht mehr genau. Wir sind das ja hier alles durchgegangen. Da gab es viel, viel mehr lange Videos. Also im Vergleich dazu ist es schon besser. Aber natürlich fragt man sich bei manchen, warum jetzt genau das, ne? Und nicht irgendein anderes. Äh... Zum Beispiel das hier ist noch okay. 22 Minuten. Das war ja wieder so eine Art, ja, da ist eine Sphäre. Oder hier, ähm... Wie hieß denn das andere Spiel, was er da gespielt hat? Im Weltraum mit dem Planeten zerstören. Das ist dann sehr ähnlich dazu. Wollte ich mir auch mal angucken. Aber weil es eine eigene Serie ist, habe ich das noch nicht angefangen. Äh... Und irgendwie dazwischen gemischt. Ich weiß auch gar nicht. Gibt es da irgendwie nur ein Video hier auf dem Kanal? Kam der Rest alles auf den Gaming-Kanal damals noch? Das wäre die nächste Frage. Äh... Das ist ja echt mal... Eine interessante Sache. Warum habe ich das noch nicht gesehen? Denn zumindest die erste Folge hätte ich mir ja angucken können auch. Hm. Da... Blick ich gerade nicht so wirklich durch. Aber okay. Gleich kommen wir zu Exitus noch. Das ist ja das nächste Projekt. Jedenfalls hier wollte ich noch sagen, Podcast ist immer wieder gut. Habe ich auch mir damals angehört. Also... Dann irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr wann genau. Ich glaube... Äh... Wann ist das rausgekommen? Sagen wir mal... Jetzt sind wir bestimmt schon im September 2021. Dann werde ich das gehört haben. Circa im... Mai oder Juni 2022. Schätze ich jetzt. Aber... Ich kann auch daneben liegen. Ich weiß es nicht genau. Manchmal kann ich mich noch genau erinnern, in welchen Situationen ich solche Videos gehört habe. Oder geguckt. Aber... Äh... Von der Länge her. Snapshot... Äh... Sowieso. Ich weiß gar nicht mehr, dass es sieben Stück von diesen Dingern gab. Aber langsam müsste man dann auch wieder zu den Normalen kommen. Genau hier ging es dann weiter mit 21W 37A. Ähm... Das haben wir aber noch nicht ganz. Na, obwohl da müssten wir schon so auch Ende September sein. Na, habe ich richtig geschätzt von der Zeit her. Äh... Ungefähr zumindest. Naja. Jedenfalls hier... Erste Fabrik. Äh... Wie ein Ultratechnik MC Modpack dieses Game. Okay, was ist das für ein Titel? Muss man das so schreiben? Also wenn man das spricht, kann man das ja so machen. Aber finde ich irgendwie komisch. Ach, Dyson Sphere Program. Das ist doch nicht sowas mit einem Planeten. Okay, okay. Das ist nur das Vorschaubild gewesen. Deswegen habe ich das nicht geguckt. Ja, wenn das so ein Spiel ist, dann interessiert mich das nicht, ne? Wenn das so was anderes wäre, wie mit dem Planeten zerstören. Was irgendwie auch unterhaltsam ist. Und ein bisschen rumtesten, experimentieren. Das fände ich ganz cool. Aber hier, das ist ja wirklich wie Technik, ne? Und dann 32 Minuten Videos. Also ganz ehrlich, da bin ich sehr... Ähm... Sicher mir jetzt, warum ich das nicht angeguckt habe. Aber... Naja... Jedenfalls hier... Jemand hat ohne Mujang 100 Biome dazu gebracht. Das kenne ich auch noch. Dieser alte Kanal-Banner auch hier bei dem Gaming-Kanal. Wenn ich das gerade sehe, ist auch noch geil, muss ich sagen. Naja... Hier jedenfalls Shader-Mod. Ähm... Ja, das sind immer so Verfeinerungen, ne? Einerseits sowas, aber auch das. Und... Das kenne ich auch noch ganz gut. Äh... Minecraft-Animationen ohne Mods. Ah, hier. Ach, da geht das über ein Texture-Pack alles. Ah, das ist auch krass, wenn sowas funktioniert, gell? Mittlerweile... Hätte man sich in alten Versionen echt nicht vorstellen können. Jedenfalls... Also ist das noch... Neue Minecraft-Mods, die du nicht kennst? Okay. Stimmt. Da hat er dann immer solche Videos gemacht. Äh... Kombiniert. Drei Mods. Ich glaube, das kam dann öfter. Oder auch vorher schon. Soweit ich mich erinnern kann. Also... Es gab nicht mehr so oft diese klassischen Mod-Reviews, wo wirklich nur ein Mod vorgestellt wird im Video und das war's. Ne? Und das hat man auch hier schon gemerkt bei diesem Ding. Äh... Dass eben das wahrscheinlich zu wenig ist für ein Video immer. Solche Mods. Und er die ganz schnell vorstellen will und eben lieber viel in einen Video packt. Finde ich aber auch ein cooles Konzept. Da hat man irgendwie interessanten Content zum Gucken. Und wenn die Videos dann nicht zu lang werden, ist es auf jeden Fall gut. Ja. Dann hier. Seltene Skytech-Items. Ja, da gab es dann schon wesentlich weniger Skytech-Folgen. Das merkt man. Und... Ich weiß nicht, ob die hier schon beendet wurde, die Serie. Aber... Der Dreck muss weg. Okay. Neue Items für das Museum. Äh... Stimmt. Da war irgendwas. Kann ich mich noch erinnern. Mit dem Amethyst, wo er den irgendwie aus Versehen abgebaut hat. Gell? Und diese Cobblestone-Jagd auf diesen Rekordwert da. Das war auch noch was. Naja. Ich hab die Bauhöhe auf 4000 Blöcke gemacht. Das sind auch immer so Titel gemacht. Immer so. Kann man da nicht ein besseres Wort finden? Gesetz oder was? Keine Ahnung. Jedenfalls... Ähm... Die hab ich mir... Die hab ich mir... Alle angeguckt schon? Ja, doch. Und sowas ist wesentlich besser, wenn das so schön verteilt ist auf mehrere Folgen, als irgendwie... Minecraft... Äh... Äh... Kann man das nicht als 10 Minuten Video so zusammenschneiden? Ich meine, er hat ja auch einen Cutter und in Craftech 8 gab es so viele krass geschnittene Videos. Da hätte man doch sowas ja auch safe so runterschneiden können, oder? Und ich glaub, die sind ja auch schon geschnitten. Warum dann eine halbe Stunde? Ich kann's nicht verstehen, wirklich. Wie gesagt, hier mit Exitus ist das, äh... Ein komplettes Gegenteil, ein viel besseres Beispiel. Ähm... Genau, Folge 5. Also das ging ja auch nicht lange. Aber es war eben mal eine coole Abwechslung trotzdem. Oder gerade deswegen. Und ja, hier neue Advancements. Aber gut, das gehen wir alles später weiter durch. Ich würde jetzt erstmal mich verabschieden. Da kommen wir dann auch zu dieser Serie hier. Die will ich auf jeden Fall auch detailliert besprechen. Und nicht jetzt hier am Ende noch. Deswegen danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.